Werft euch nieder und erwartet in Stille den Herrn. Es ist unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen. Zügle deine Zunge, Hildegard. Meine Tochter hat von deinem Ruf gehört. Sie möchte in deine Klause eintreten und von dir unterwiesen werden. Wir leben hier in einer Gemeinschaft. Wir essen zusammen, wir arbeiten zusammen, wir schweigen zusammen. Der Mensch ist aus Erde geschaffen und die Erde wird dir helfen. Ich habe Dinge gesehen, die andere Menschen nicht gesehen haben. Ich hörte eine Stimme sagen. Dann musst du dieser Stimme folgen. Und wenn ihre Gesichter Teufelswerk wären? Du hast behauptet, Botschaften von Gott zu empfangen. Wie das geschieht, ist schwer zu verstehen. Willst du damit sagen, dass wir es nicht verstehen können? Der Teufel soll dich holen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass du exkombiniziert wirst. Ich kann dich zerstören. Ich muss es wagen. Ich werde seinem Befehl nicht folgen. Beile mein Gott, mich zu erretten. Herr, mir zu helfen.